Hallo meine Lieben, ich wollte den Wusstest-Du-Tag mitmachen. In diesem Tag geht es darum, Sachen zu nennen, die ihr vielleicht über einen YouTuber noch nicht wisst. Und ich wollte einfach mal damit anfangen. Wusstest du, dass ich Schokolade liebe? Wusstest du, dass ich ein Tokio-Technik-Fan bin und dass ich total verrückt nach Bekaulitz bin und zum Kaulitz heiß finde? Wusstest du, dass es mein Traum ist, mal nach Los Angeles zu fliegen? Wusstest du, dass es auch ein Wunsch von mir ist, nach Hamburg zu fahren? Wusstest du, dass ich eine Allergie gegen Nickel habe? Wusstest du, dass ich eine Katze hatte? Wusstest du, dass ich es abgrundtief hasse, wenn man mich aus dem Schlaf klingelt oder mich mit Nummer unterdrückt anruft? Oder mich sogar mit Telefonanrufen, also mit Handy anrufen, terrorisiert? Und wusstest du, dass ich es hasse, wenn man etwas gegen Tokio Hotel sagt? Zum Beispiel, dass sie schwul sind oder so. Wobei man das nicht sagen kann, weil die Personen wissen gar nicht, was sie labern. Die Jungs sind nicht schwul. Also, ja. Ich würde lieber über Leute, die ich nicht mag und die ich nicht persönlich kenne, die Klappe halten. Jawohl. So sehe ich das. Und wusstest du, dass ich ein kleiner Hello Kitty Junkie bin und dass ich Elfen mag? Und dass ich letztes Jahr beim X-Faktor-Casting war? Wusstest du, dass ich an der DSDS Villa war? Und wusstest du, dass ich letztes Jahr auf dem Oberhaus ein Konzert, wo durch mein Sohn zu Ende war, rausgegangen bin, weil ich auf meine Freundin gehört hatte, die gesagt hatte, das Konzert sei zu Ende? Wusstest du, dass ich es liebe, mich abends bei Kerzenschein auf meine Couch zu legen und dabei zu entspannen? Wusstest du, dass ich es mag, einmal im Monat baden zu gehen, ansonsten gehe ich nur duschen? Wusstest du, dass ich ein Make-up-Suchtdieb bin? Ich habe so viel Make-up. Nagelacko, Schminkeo. Also, dass ich ein Make-up-Suchtdieb bin. Wusstest du, dass ich fast 24 bin? Wusstest du, dass ich fast nie Röcke trage? Wusstest du, dass ich es liebe, einen Zwiebel-Look anzuziehen, der besteht aus einem Pulli und einem T-Shirt drüber oder einem Strickkleid drüber? Was habe ich denn noch? Wusstest du, dass ich Hunde und Katzen liebe? Wusstest du, dass Delfine und Pinguine und Tiger meine Lieblingstiere sind? Wusstest du, dass ich es hasse, wenn man mich anlügt? Wusstest du, dass ich es nicht mag, wenn man mich dummer anmacht oder mich belügt oder hintergeht oder so weiter? Wusstest du, dass ich kein einziges Make-Produkt besitze? Und kein einziges, ähm, äh, ja, kein einziges Make-Produkt und kein Art-Deko-Produkt? Wusstest du, dass ich auf die Balea-Handcremes allergisch reagiere? Äh, ja. Das war der Wusstest-Du-Tag. Ich hoffe, ihr habt jede Menge Sachen über mich erfahren, die ihr noch nicht wusstet. Vielleicht waren da auch Sachen bei dir, die ihr schon wusstet. Und ihr könnt mir das ja hier gerne unten runterposten. Ach ja, eine Sache habe ich noch. Wusstest du, dass ich, ähm, Spinnen und Schlangen und insgesamt Insekten über alles hasse? So. Das war der Wusstest-Du-Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschü-dü-dü-dü. Tschü-dü-dü-dü-dü-dü.